kommen zurück münze gesammelt wir erkunden weiter ich bin tatsächlich auf die von dieser vorletzten plattform auf die letzte kommen aber es war echt schwierig okay was geht jetzt hier das ist schön gemacht das kras krasse darauf erst mal und jetzt willkommen in der schlachterei ich muss okay ich sehe schon es wird musikalisch es ist ja schon irgendwie was mit so gut als ich muss auf die mikrofone was die sind ja so kaum sichtbar schulden dieses beginn es wird musikalisch wird getroffen ich habe das gar nicht gesehen von hier oben aber es wenn du musst auf den mikros dann ja das dachte ich mir schon ja das macht aus und die dinge sind zu klein und unscheinbar man kann es kaum erkennen dass die echt so platziert dass es fucking melodie ergibt man ich glaube das kurz also dieser gang der bricht mit dem klubs genick was ist mit dem gang da bricht mir das genick da geht der mega weit wie soll ich denn hinter kommen dem du auf mikrofon zu mikrofon springt ja ganz easy das glaube ich doch nie ich habe so hochgeschneidt oh gott ey die stelle kotzt mich jetzt schon an ich habe ich mich getötet ich habe ich mich getötet ich glaube nach der episode hat keiner bock mehr auf alle meine händchen das ist dann so eine so eine innere blockade das ist dann irgendwie wenn man immer wenn man irgendwie ein brötchen ist man sich eine orpfeige gibt dann hat spürt man den schmerz auch nach dem hundertsten brötchen wenn man ein brötchen mehr ist wenn man es bloß noch sieht hat man schon schmerzen das ist so hier bei dem lied wenn man das dann hört dann hat man so fast das gefühl scheiße jetzt kommt die stacheln wieder oh nee vor allem schaffen wir gerade die ersten drei sprünge ja nicht einmal das reicht ja mit dem revolver in der hand geht es besser das reicht ja das ist ja jetzt bist du drüber habe ich noch nie geschafft den sprung habe ich noch nie geschafft oder fast aufgespießt worden ja was wie zum geier soll das gehen soll das gehe die sie vielleicht auch zwischen hoch jetzt kommt man denn hier vor ich habe eine ganz seltsame hitbox die dinge ja das kenne ich standard bei den maps übrigens eine münze erinnert mich so ein bisschen an den an seine klo häuschen jump passage die ich geschafft habe in open the chest 1 da müssen wir noch ein paar vereinfachungen rein machen für solche unfähigen menschen mich nein ist wenn du darfst nicht auf die fallen du musst oben bleiben ok ich habe eine idee ich bin jetzt schon mal so weit gekommen ich habe nämlich gesehen dass die hinteren mikrofone wieder etwas niedriger sind ich habe nicht gesagt dass es unmöglich ist dass man kann auch tricksen aber tricks gehört ja zum level dazu mann wieso bin ich so scheiße ich muss irgendwie eine möglichkeit finden wie ich ein bisschen rumpfreaks kann ja mit normalen springen schafft das noch nie gucken wir wie spät wir es haben ich bin mal krabinius sein uhr und Nein. Bevor du fragst, ich weiß nicht warum der die ausgelöst hat bei dir. Ich bin einfach nicht richtig drauf gelandet. Das ist dumm. Ah ok, der hat nicht ausgelöst, das war deiner. Meine Fresse. Diese Musik hier. Ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern. Am Ende dieses Tunnels gibt es zur kleinen Kirsche auf der Sahnehaube noch einen Mastersprung. Alter. Nein. Komm, lande hier oben. Ja, ok. Hu 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 hu. Er hat's mitgekriegt. Zupi. Und das zählt auch zum Level dazu. Oh Gott sei Dank. Ach du Scheiße. Dort drüber und dort drüber. Wenn ich dort lande, schaff ich das nie wieder dort drüber. Ich glaub gleich ja. Um Gottes Willen eh. Wie? So weit komm ich doch, ne? Oder? Mach nur die machbaren Sprünge. Oh ne! Oh ne! Aber wenn ich dort nach rechts geflogen wäre, hätte ich's bestimmt nie geschafft. Also noch weniger nicht. Oh ne lag gehabt, scheiße. Jaaa, von wegen. Ne, safe call. Ausreden, ausreden. Klingt deswegen fast melodisch, was dort rauskommt. Wenn man über mehrere reinläuft. So, da bin ich wieder. Okay, ich spring hier rüber. Okay, okay. Ob's was bringt, ist ne andere Frage. Oh Gott, ich Gott. Es ist relativ hoch. Oh, das war schlecht. Das war schlecht. Die dominate macht mich wahnsinnig. Oh nein, ach so. Oh nicht blöd man, oh ich vollidiot. Man. Dort wo du hinkommst, wenn du über die Fallen läufst. Nein, nein, nein. Shit. Kommt man eigentlich dort hinten nochmal hoch? Oder muss man dann in der Mitte anfangen? Nein, du kannst, also eigentlich ist die Möglichkeit, die ich eingebaut habe, dass du in der Mitte noch anfangen kannst. Oh ok. Ah ok, das ist sinnlos hier um das Mikro rumzurennen. Also ich finde aber die Sprünge ehrlich gesagt einfach am Anfang. Schon. Und die Sprünge sind wirklich nie so schwer im Vergleich zu den bisherigen Stages, die wir mit Sprungpassagen hatten. Irgendwann hast du das im Blut. WTF? Hast du es plötzlich ausgelöst? Ja. Aber hier, ab hier. Jetzt bin ich hier so. Muss ich jetzt rechts auf die Wand? Ich sehe es nicht, ich kann es wirklich nicht wirklich gut sehen. Ich sehe es auch selber nicht. Guck erstmal, ob es weitergeht an deiner Wand und wenn es da nicht weitergeht, dann musst du ja dort hin. Na klar, es geht schon weiter, aber es ist halt mega knapp. Dieser Part wird extrem lang. Man. Hey. Nutzig. Ich wundere, wenn wir ein bisschen weniger sagen jetzt hier an dem Part, weil das ist schon ein bisschen Konzentration. Wieso weniger? Du musst einfach mehr reden. Noch mehr. Du musst richtig labern hier. Mit einer Labertasche. Okay, ich denke man kommt ja trotzdem. Oh ne! Fuck, das ist so knapp. Ich schaffe nicht mehr den. Das könnte reichen, aber das ist knapp. Oh Gott. Jetzt guck mal. Jetzt guck mal. Oh, der pläht nochmal zu wie er es macht. Aha. Warum bin ich gestorben? mit einem jeden Seph? Ich f-m-m-m-m-m-meh с danke dir IKEA-огда. DFS zu mir. So, pass auf! Jetzt bin ich hier. Das denk ich mich bisschen rüber. Und jetzt? Ok, detsam mal zu mir. Ich feck, es geht hier weiter. Aber fuck is j-d Also man weiß es nur genau. man weiß es nicht so genau hier komme ich mir oh gott also hier einfach lauf anstrengte Das geht, das geht, das geht, das geht, das geht, das hab ich raus. Sie ist vor allem gar nicht mehr lang ab hier. Ja, aber dieser eine Sprung hat... Das ist mir halt echt ein Rätsel. Ja, die Stelle. Was, wie, von wem, von wo? Von wo? Boah, von vorne, vom Mikro. Aha, scheiße. Oh ne. Ich hatte eigentlich... Nein! Ich hatte eigentlich... Und dann spring ich den übelsten Easy Sprung weg. Ich hatte eigentlich so ein bisschen gehofft, dass es von dir ausgeht. Okay, wie zum Geier bist du jetzt hier rübergekommen? Nein! Oh ne. So, hier kann man einfach so werden, das hab ich schon rausgekriegt. Okay, Standard. Es ist aber wirklich fett machbar hier das Level. Standard. 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 So, jetzt hier drauf. Hier drauf. Jetzt hier rüber. Nein! Oh Gott. Oh, das kotzt mich jetzt schon wieder an, ey. Du darfst nie auf die Fallen. Ah, ja. Daaa... Der trinkt mir dann fallen, dass man nicht drauf kommt. Das ist... Vergesst dich immer wieder. Ich stell mir grad solche, also... Was ja jetzt wirklich kein lustig machen oder so, aber so stelle ich mir so traumatisierte Kinder vor, ne? Alter, okay. Dass die mal in der Kindheit so ein Lied gehört haben. Das ist ja genau das, was ich sage. Wenn du halt immer das Lied hörst und stirbst, wenn du das Lied hörst, wirst du traumatisiert. Das ist ja genau das, was ich meine. Echt, ey. Das ist ein Trauma. Das nennt man klassische Konditionierung. Nee. Nee, 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 nee. Nee, nee. Ganz schlucken. Oh, ich hab's doch geschafft, Mann. Was? Gar nicht, du bist runtergefallen, hab ich genau gesehen. Aber ich muss sagen, ich muss sagen, es macht mir grad mega Spaß, diese Stelle hier. Die jene Stelle hier, die ist richtig. Was? Wie? Die dort oben wird wohl so ein bisschen eklig mit, ähm... Okay. Ich geb dem jetzt noch drei Versuche. Dann hab ich's entweder geschafft oder ich mach'n kurze Pause. Achso, das geht ja hier schon hoch. Okay, das ist jetzt mittlerweile easy hier. Krass, wie easy das gewonnen ist. Ach, das geht ja auch irgendwie easy. What the fuck? Oh, ne Münze. Okay, wie krieg ich die denn jetzt? Ich hab ne Münze. Wuhuuu. Okay, jetzt... Was? Ich hab die Münze geholt. Geil. Das freut mich grad mega. Das ist ein Riesenerfolg. Sonst keine Freude mehr. Oh, noch. Das war die... Die Freude des Monats. Ah, das hol ich mir als Klingelton, alle meine Engen. Aber... Nimm das doch auf Ton auf. Was du hier gebaut hast. Und das sind alles Klingelton. Das find ich immer richtig geil. Plötzlich ist das so einfach hier geworden. Das ist so krass. Na, das ist mir beim Üben aber auch aufgefallen. Also beim Testen, ob das alles so klappbar ist. Oh, ich leb' ja noch. Ich guck' hier in die Kamera total verstört. Weil da leb' ich noch. Geil. Nein, 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 nein. Ich krieg das mit dem Fallen auslösen. Irgendwie mittlerweile immer so kurz hier hin in dem Haus. Das ist langweil wie ein Tannenbaum. Woll ich grad sagen. Ich mach' ja mal kurz nen Cut. Münster mal geholt. Wir werden uns hier noch was geschafft haben. Und sitzen im nächsten Teil mit einem weiteren Versuch über die Mikro-Stachel-Passage zu kommen. Mikrofon. Leute. Alle Männchen, ciao. Ciaoi. Ciao. Vielen Dank.